SWR 1 Leute Neid, der Radiotalk im SWR Fernsehen. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, heute mit Ulrike Volkertz. Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich muss mich sehr zusammenreißen, dass ich Sie nicht mit Lena Odenthal anspreche. Ist das so? Ein bisschen schon. Vielleicht passiert es mir im Laufe dieser Sendung. Sie haben heute 25-jähriges Dienstjubiläum als Tatortkommissarin Lena Odenthal in Ludwigshafen. Normalerweise gibt es eine Gratifikation, 1500 Euro steuerfrei und drei Tage Sonderurlaub. Interessant. Was leisten Sie sich zum Jubiläum? Ich persönlich, mir als Geschenk. Ich fahre in Urlaub morgen. Okay, gut. Wohin geht es? Das verrate ich lieber nicht, sonst folgen mir zu viele Menschen dorthin. Die neue Tatort-Folge mit Ihnen heißt Blackout. Richtig. Ist ein Psychodrama, kann man glaube ich sagen. Kann man so sagen, ja. Was würden Sie sagen, ist das Besondere an dieser Folge im Vergleich zu anderen Tatortfolgen mit Ihnen oder im Allgemeinen? Das Besondere daran ist, dass es eben nicht nur um den Krimi-Fall geht, sondern auch tatsächlich mal um Lena Odenthal. Weil sie einfach in einer anderen Situation steckt als sonst. Sie ist nicht einfach die berühmt-berüchtigte Polizistin, die gut in der Arbeit ist und einfach ihren Job macht und nicht nach rechts und hinks guckt, sondern sie gerät durch diverse Dinge, die ihr passieren, an eine persönliche Grenze. Sie muss sich einfach mal den Moment Zeit nehmen, zu überlegen, wo stehe ich in meinem Leben? Was macht dieser Job mit mir? Will ich das so weiterhaben? Und wenn ja, was muss ich ändern? Ich hatte Gelegenheit, das schon zu sehen. Und wir haben das ja auch beim Sommerfestival vor Publikum schon gezeigt. Und ich war sehr beeindruckt, wie schlecht Sie da aussehen. Also offenbar auf krank und alt geschminkt, weil Sie sehen ja viel besser aus in der Natur. Na, die schläft halt nicht. Die Frau hat Probleme und kann... Das über Maskenbild in den Start zu stellen, ist ja eine schwierige Sache, ne? Doch, da schläft man tatsächlich nicht so viel. Verstärkt noch ein bisschen die Ränder unter den Augen. Und das reicht dann eigentlich, den Rest muss man von innen spielen, finde ich. Echt? Tatsächlich? Ja. Ja, das ist doch mein Job. Ja gut, aber... Nicht nur so äußerlich drauf zu pinseln, sondern... Okay, ich muss jetzt irgendwie so aussehen, als schlafe ich schlecht. Und dann wirklich, dann sind Sie zwei Wochen hintereinander bei den Dreharbeiten nur zwei Stunden im Bett gewesen. Nein, das natürlich nicht. Das kann ich mir nie leisten, dann würde ich ja schlecht gelaunt werden irgendwann. Aber natürlich, diese Befindlichkeit oder diese Situation, in der Lena da steckt, das ist ja mehr als nur äußerlich herzustellen. Das ist natürlich eine Befindlichkeit, die durch den Film durchgeht. Die ist schneller reizbar. Also es macht sich dann einfach bemerkbar. Sie ist teilweise ungehalten und macht eben auch Fehler. Oder sie trifft die falschen Entscheidungen. Das macht man halt eher, wenn man unausgeschlafen und irgendwie nicht im Lot ist. Und das zu spielen, muss man ja mehr tun, als einfach nur Augenränder schminken. Sie haben in einigen der ersten Tatorte, die Sie gedreht haben, sind Sie das öfter mal nachts oder tagsüber aus dem Bett geklingelt worden und waren da so ein bisschen ungehalten? Weiß ich nicht. Also es war zumindest irgendwie eine gewisse Helligkeit zu sehen. Was würden Sie sagen, wie hat sich so der Rest von Lena Odenthal in diesen 25 Jahren so verändert, entwickelt? Die Frau Odenthal war damals ein Grünschnabel bei dieser Polizeidienststelle und musste erstmal beweisen, dass man mit noch nicht mal 30 Jahren Morde aufklären kann und ein ernstzunehmender Mensch ist, der mit der Pistole umgehen kann und der gute Verhöre führen kann und die eine gute Arbeit leistet. Und inzwischen ist es eine Frau, die einen Batzen Erfahrung gesammelt hat, viele Verbrechen aufgeklärt hat. Der kann man nichts mehr vormachen, der kann man die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Sie hat sich einfach entwickelt, sie ist gewachsen, sie ist reifer geworden, sie ist auch vielleicht an mancher Stelle ein bisschen klüger geworden. Schlafen hat sie schon immer gerne und deswegen ist das ein Problem jetzt bei dem Blackout, dass ihr der Schlaf da geraubt wird. Es geht ja bei Krimis im Allgemeinen und im Tatort im Besonderen, also nicht nur mit Ihnen, sondern auch mit den vielen anderen Kommissaren, die ermitteln, gibt es ja ein Spektrum zwischen, sagen wir mal, intellektueller Nachdenkerei von Kommissaren, die auch gerne mal, sagen wir mal, gut essen oder gut trinken, bis hin zum wilden Geballer mit Dutzenden von Toten. Habt ihr schon gesehen, ja. Lässt sich das eine als besser als das andere bezeichnen oder hängt das davon erstmal nicht ab? Also die Bewertung würde ich da mal außen vor lassen. Ich glaube, der Tatort profitiert tatsächlich davon, dass es inzwischen eine Vielfältigkeit an Versuchen gibt, Tatort zu beleben. Also das hat sich ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren nochmal komplett verdreht. Es sind 22 Teams, glaube ich, die inzwischen in der Bundesrepublik ermitteln und es werden wahrscheinlich noch mehr dazukommen. Und jeder versucht, diesen Tatort neu zu erfinden, in Anführungsstrichen so ein Alleinstellungsmerkmal für sich zu erarbeiten. Und da hat natürlich Action Platz neben gefühlsvollem Tatort oder eben nach intellektuellem Geschwafel. Oder es gibt ja auch den witzigen Tatort aus Münster, der hat auch sein Publikum. Und von daher finde ich, diese Vielschichtigkeit eigentlich belebt das Ganze. Und es ist natürlich auch ein Konkurrenzgeschäft und auch Konkurrenz belebt das Geschäft. Also man muss halt einfach sich anstrengen immer wieder. Deswegen das Drehbuch ist schon der Dreh- und Angelpunkt. Man braucht nicht nur gute Krimis, also einen guten Krimi-Plot. Warum wird da gemordet und was sind Motive und was ist die Welt des Täters, was ist die Welt des Opfers. Sondern eigentlich muss man sich auch stark kümmern um diese Persönlichkeiten der Kommissare. Wie entwickeln die sich weiter? Was ist denn in deren Leben eigentlich noch los? Man ist ja nicht einfach nur Polizist und macht Dienst nach Vorschrift und stellt immer die Fragen. Wo waren sie gestern Abend zwischen? Und hat keine eigene Befindlichkeit. Und da bin ich immer wieder im Gespräch mit Redaktionen, die ja die Autoren betreuen. Dass eben auch schön Stoff geliefert wird für die Lena Odenthal, für ihren Kollegen Kopper oder eben jetzt die Lisa Bitter, die neu als Johanna Stern dazu kommt. Dass diese Figuren lebendig bleiben, dass zwischen denen Dinge passieren. Dass die sich mal streiten, dass die sich mal nicht leiden können. Dass die gegeneinander arbeiten, miteinander arbeiten. Sich manchmal gegenseitig das Leben retten, aber auch mitkriegen, was mit dir eigentlich los ist. Wenn du gerade verliebt bist oder wenn du gerade Stress zu Hause hast oder wenn du gerade einen Zahnarzttermin hast, den du nicht magst. Sie haben es gerade schon angedeutet, mittlerweile gibt es unfassbar viele neue, eigentlich auch sich ständig wechselnde Tatort-Teams. Auch mit sehr prominenten Schauspielern. Til Schweiger, Wotan Wilke-Möhring mit dabei. Und Sie als dienstälteste Tatort-Kommission. Schlecht komisches Wort. Bescheuert nimmt man ihn eigentlich nicht ab. Wie fühlt sich das an, außer dass es ein komisches Wort ist? Wie fühlt sich das an? Ich finde es eigentlich nicht so schlimm, weil ich das gar nicht so richtig gemerkt habe. Ich hätte natürlich vor 25 Jahren niemals unterschrieben, dass ich das für 25 Jahre machen will und werde. Jetzt ist es so. Es sind irgendwie mittlerweile, also ich glaube der Blackout ist der 60. Tatort, den ich gedreht habe. Es gab ganz tolle, es gab ganz, ganz mittelmäßige und es gab auch ein paar nicht so gute dazwischen. Ich mochte immer das Format als ein doch qualitativ hochwertiges Filmerlebnis im deutschen Fernsehen, weil man da auch gesellschaftliche Themen ruhig mal bearbeiten kann, wie Ehrenmorde, Aids, Kinderpornografie, also Missbrauch. Die ganzen Themen, die einfach ja auch tagtäglich in der Zeitung stehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass der Versuch, das jüngere Publikum zu binden, gerade stattfindet, weil es eben auch per Online jetzt die Möglichkeit gibt, während der Tatort läuft, zu chatten und den Mördern mitzuraten und noch Online-Spiele angeboten werden. Dann gibt es ja Public Viewing, mindestens in Berlin sind es 50 Kneipen. Echt, das wusste ich gar nicht, tatsächlich. 50 Kneipen, wo man sich zum Tatort gucken trifft und das gemeinsam erlebt. Das hat einen riesen Boom und auch die Presse stürzt sich drauf als gesellschaftliches Phänomen. Ich muss permanent, also relativ häufig Interviews geben, was denn da los ist und wieso der Tatort so populär ist. Und das ist jetzt nicht alles Till Schweiger, aber es wird eben gerade viel darüber geredet. Und es sind eben inzwischen Leute dort, die Kommissare werden, die tatsächlich sonst mehr im Kino zu Hause waren und jetzt eben auch auf Verbrecherjagd gehen. Es passiert was. Niemand erfindet den Tatort neu. Ein Till Schweiger durfte auch den Vorspann nicht verändern, wie er angekündigt hat. Er wollte aber, glaube ich. Er wollte so gerne, ja. Was für ein Kulturbruch wäre das gewesen? Ja, das geht gar nicht. Gucken Sie eigentlich selber? Ich gucke natürlich, was machen die anderen, was dürfen die anderen, was gefällt mir bei den anderen. Was haben die für Themen? Ich gucke schon, nicht jetzt, jeden Sonntag, aber regelmäßig, weil mich das einfach auch interessiert. Sie haben angefangen, glaube ich, mit dem Kurzhaarschnitt, haben mittlerweile schulterlange Haare. Chips. Ja, ich habe das alles mal ausprobiert. Was würden Sie sagen, haben Sie außerhalb dieser persönlichen, äußerlich sichtbaren Veränderungen an persönlichen, sonstigen Veränderungen mit in diese 25 Jahre mit reingelegt? Also sicher natürlich auch ein bisschen Berufserfahrung, dann Erfahrungen mit so Leuten wie Ihnen. Das heißt, im öffentlichen Leben Interviews geben und über meinen Job und mein Leben und über mich als Person reden zu können. Das konnte ich alles nicht vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren war ich einfach auch noch ein Grünschnabel, was es heißt, eine öffentliche Person zu sein. Das musste ich auch lernen. Inzwischen kann ich über den roten Teppich laufen, ohne rot zu werden. Früher bin ich da eher rückwärts drüber und habe gehofft, dass mich keiner sieht. Also ich bin natürlich mit dem ganzen Ding gewachsen, gewachsen, gewachsen und eine, die größte Veränderung ist tatsächlich dieses, ja, dadurch auch, dass so viele, diese Tatorte werden ja so oft wiederholt. Man ist so doll mit diesem, mit diesem Tatort verknüpft, mit dieser Figur verknüpft. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, was das bedeuten würde. Und das hat mein Leben doch stark verändert. Werden Sie eigentlich auf der Straße, wenn Sie erkannt werden, das werden Sie wahrscheinlich öfter, als Ulrike Volkerts angesprochen oder als mit Hallo Lena? Inzwischen beides. Also am Anfang gab es ganz klare Probleme mit meinem wahren Namen. Volkerts ist ja nicht so geläufig, kann man sich nicht so gut merken. Da war es mehr die Lena, Lena, Lena. Odenthal ging, auch Odenwald wurde da manchmal draus oder Oldenburg irgendwie so Verwandtschaften. Aber doch, das passiert regelmäßig und man gewöhnt sich dran. Es ist meistens recht nett. Manchmal kriege ich aber auch Kritik untergejubelt. Also der Tatort gestern war aber nicht so prickelnd oder ich habe schon bessere gesehen. Lassen Sie sich auf Diskussionen ein? Nein, also beim Brötchen holen morgens nun wahrhaftig nicht. Und morgens am Flughafen um sechs Uhr morgens mag ich auch nicht, mit Handys schon ein Selfie-Foto zu machen mit begeisterten Fans. Und das verbiete ich mir dann. Ich habe manchmal Autogrammkarten dabei, die rücke ich dann raus. Und dann sind die Menschen auch meistens beglückt. Viele müssen einmal mir die Hand geben, so dieses Gefühl einmal anfassen, weil das ist so spektakulär, jemanden, den man nur auf dem Fernsehen kennt, plötzlich gegenüber zu stehen. Es gibt ja Leute, die sehen in der Natur ganz anders aus als im Fernsehen. Bei Ihnen ist das nicht der Fall. Ist es unterm Strich eher angenehm oder eher unangenehm? So ganz unterm Strich, wenn man alles zusammenfasst, sagen wir mal, als so gut erkennbar durch die Gegend zu laufen. In Berlin ist das kein Problem. In Berlin interessiert es niemanden so richtig. Die gucken einmal, zweimal und denken, ach, das ist die, okay. Es gibt halt so Orte, wo, oder wenn in Berlin viele Tourist sind, dann die reagieren viel mehr darauf, weil sie in Berlin sind und auch noch irgendwelche prominenten Leute aus dem Fernsehen begegnen. Die sind dann irgendwie wie manchmal ein bisschen narrisch. Und das ist, sagen wir mal so, es gibt ja so Tage, da ist es wunderbar, dass das passiert. Und es gibt Tage, da ist man selber schnell mit dem falschen Fuß aufgestanden und möchte irgendwie mit Kapuze eigentlich nur mal schnell eine Zeitung holen. Und dann werde ich garantiert erkannt. Und dann bin ich halt nicht so gut zu sprechen. Und in Ludwigshafen beispielsweise am Rand eines Drehs? Ludwigshafen, natürlich, da bin ich ja, wenn, dann zum Drehen. Und teilweise drehen wir ja auch mitten in der Stadt. Das heißt, da sind viele Zuschauer zu. Und die lieben einfach, dass sie eine eigene Kommissarin haben und bekunden das auch. Und das ist natürlich irgendwie selbstverständlich, dass man mit den Leuten kurz quatscht. Wollen wir die Dreharbeiten insofern outen, dass die meisten gar nicht in Ludwigshafen stattfinden? Das können wir gerne machen. Das ist halt einfach ein Problem, was da heißt, wir haben nicht genug Geld. Dass eben Außenaufnahmen reduziert werden auf maximal drei bis fünf Tage. Und der Rest wird tatsächlich im Baden-Baden-SWR, der dort verortet ist, geschummelt, kann man schon so sagen. Alle Innenaufnahmen, Polizeipräsidium, Waldstraßen sind austauschbar. Wenn man was Städtisches braucht, fährt man nach Rastatt oder Karlsruhe. Und der Ludwigshafener beschwert sich regelmäßig zurecht, dass sie ihre Stadt nicht wiedererkennen. Ich weiß, dass unsere neue Fernsehstellerin, Frau Zöllner, bemüht ist, das zu ändern. Und ich würde mir wünschen, dass das passiert, weil dieses Gesicht der Stadt ist ja nicht unwichtig. Ein Gesicht der Stadt, was Sie aber auch, sagen wir mal, durchaus jetzt nicht mit rosa-roten Augen immer betrachtet haben. Nein, Ludwigshafen ist schon speziell. Ich meine, es ist einfach eine Industriestadt. Die ist im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden. Die hat dieses Kompliziertes aufgebaut worden mit irrsinnigen Hochstraßen und absolut hässlichen, wie ich finde, Häusern und Straßen, die sozusagen den Leuten durchs Wohnzimmer fahren. Ich verfahre mich da regelmäßig, weil es da eben auch durch die Brücken über den Neckar und den Rhein, also das ist der Rhein, nach Mannheim kann man sich wunderbar herrlich verfahren. Andererseits ist es total spektakulär, dort zu drehen, am Hafen oder in der Blauen Lagune oder dann eben einfach in so Vierteln wie Helmshof, wo ich mich an Berlin-Kreuzberg erinnert fühle und einfach 17 bis 25 Nationen zusammenleben und es ziemlich kunterbunt zugeht und aber auch sehr eine angenehme Atmosphäre hat. Das ist halt eine spezielle Crazy-Stadt, die für mich ganz klar so eine Nachkriegsstadt ist, die ein bisschen, naja, von der Infrastruktur ein bisschen kompliziert aufgebaut wurde. Oh, das ist diplomatisch formuliert. Ja, das ist diplomatisch formuliert. Leider durften wir auch noch nie beim BASF drehen, die wollen keinen Chemieunfall mit Leichen. Sie dürfen nicht, heißt, dass das Unternehmen das untersagt, oder? Ja, das Unternehmen untersagt ja auch Besuchern, um ein Handy mit reinzunehmen. Also man darf einfach keine, die haben Angst vor Werksspionage, glaube ich. Außerdem ist es natürlich, Walt, in Zusammenhang mit einem Unternehmen, das kommt nicht gut. Also auch die Deutsche Bahn wollte nicht, dass man jemanden vor den Zug schmeißt, weil es natürlich für das Image der Deutschen Bahn nicht in Ordnung ist, wenn man da solche Dinge zeigt, dreht. Da muss man immer ein bisschen diplomatisch sein. Sie haben vor ein paar Jahren in meinem Interview gesagt, ich würde gern mal aus meinem tollen Leben verschwinden. Ich frage erst mal, warum und danach, ob Ihnen das gelungen ist. Erst mal, warum? Naja, was meinte ich mit dem tollen Leben? Also ich finde mein Leben schon sehr toll, weil ich eben in diesem Beruf gut zu tun habe und neben Tatort eben auch andere Rollenspiele, Theaterspiele, Fernsehmacher, Kinomacher. Das ist natürlich nicht so präsent wie dieser Tatort, der viel wiederholt wird und mit dem mich alle Menschen verbinden. Das war auch nicht immer so, ne? Sie haben auch mal ein bisschen Mühe gehabt. Ich hatte auch mal ein bisschen Mühe. Das ändert sich gerade in den letzten Jahren und darüber bin ich auch sehr glücklich, weil ich bin Schauspielerin und nicht nur Tatortkommissarin. Und liebe natürlich die Vielfältigkeit. Haben Sie mal den Tod als Frau gespielt? Ja, das war Revolution, weil das noch keiner... Warum darf der Tod nicht weiblich sein? Das hat sich 85 Jahre niemand gewagt, sich diese Frage zu stellen. Und dann der Martin Cuschey hat es gewagt, mich zu besetzen. Das war natürlich super. Großartig. Theaterproduktion, Salzburg. Auch da noch. Also mein tolles Leben ist wirklich, dass ich in der Stadt lebe, in der ich leben wollte, Berlin, in einer glücklichen Beziehung bin und einen Beruf habe, der mir Spaß macht, den ich machen wollte und in dem ich zu tun habe und mein Geld damit verdiene, dass ich sozusagen Zuschauer habe, die mich gerne einschalten. Also die Quote muss ja auch nicht... Zweistelliger Millionenzahl, muss man auch mal sagen. Genau, das ist doch großartig. So, und da wollen Sie dann mal kurz raus. Ja, dieses Gefühl ganz, ich will damit dann raus, weil ich das Gefühl habe, man könnte sonst ab und zu mal abheben. Ich möchte dann einfach raus in ein Land, wo mich niemand kennt, wo ich auf neutralem Boden mich bewege, wo ich ganz anders Menschen begegnen werde, weil ich nie voraussetzen kann, dass mich irgendjemand schon mal gesehen hat und irgendein Bild von mir im Kopf hat. Sondern ich muss sozusagen, um Leute kennenzulernen, vielleicht den ersten Schritt tun und sagen, Sie interessieren mich, wollen wir nicht mal was zusammen machen, zusammen trinken gehen. Sie machen da was, was mich interessiert. Ich möchte mehr darüber wissen. Also das vermisse ich manchmal. Ginge doch, bei zwei Tatmachproduktionen im Jahr beispielsweise. Ja, 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 das ginge ja. Aber man ist ja immer so ein bisschen, da kann ich jetzt wegfahren, kann ich jetzt, sollte ich nicht lieber, wenn ich jetzt wirklich drei Monate abhaue, ich habe es mich noch nicht getraut tatsächlich, weil dann doch irgendein Job reinkam, den ich dann gemacht habe. Und wenn ich weg gewesen wäre, hätte ich den nicht gedreht, hätte ich nicht den anderen Film gemacht, auf den ich so lange gehofft habe. Und das ist dann ein Zwiespalt, mit dem ich mich rumschlage und ich hoffe nach wie vor, dass ich eines Tages diese Auszeiten mir nehme. Es gelingt mir ja manchmal, wenn man einfach in die Ferien fährt für drei Wochen. Man muss nur den richtigen Platz suchen. Ich wollte gerade fragen, das bevorzugte Reiseziel ungefähr? Schon gerne am Meer, schon gerne da, wo die Sonne wirklich auch scheint und nicht nur so tut. Also ich muss nicht 15 oder 20 Stunden im Flieger sitzen dafür. Eigentlich hatte ich auch mal vor, eine richtig fette Europatour zu machen, weil ich mich gar nicht gut genug auskenne. Ich kenne Frankreich nicht richtig, ich kenne den spanischen Kontinent gar nicht richtig, ich kenne Estland, Lettland, diese Länder würden mich interessieren. Ich war noch nie in Schweden, Finnland. Also es gibt noch so einiges auf der Agenda, wo ich denke, schnapp dir deine Freundin und fahr los. Apropos Freundin, apropos glückliche Beziehung. Ihre Lebenspartnerinnen haben Sie kennengelernt mit, ich glaube, gerissenem Kreuzband und so richtig, also wo Sie richtig dreckig gefühlt haben. Ja, vor allen Dingen waren dadurch Dreharbeiten storniert worden. Auch das noch. Ja, es wurde plötzlich alles vier Monate nach hinten verschoben und ich saß in Berlin fest mit diesem Kreuzbandring, wartete auf einen OP-Termin und das Knie war noch zu dick, konnte nicht operiert werden. Und dann bin ich zu einer Veranstaltung gegangen, wo ich eigentlich nicht hin wollte und da... War sie. Da war sie. Da kam sie, war sie, kam und siegte. Fügung. Ja. In der Jubiläum-Startort-Folge Blackout sieht man, finde ich, relativ häufig ein Tattoo am Arm. Ein, glaube ich, halbfertiges Tattoo. Dieses Tattoo ist, habe ich mir, glaube ich, 95, 96 sowas stechen lassen. Ohne Schmerzmittel, ohne Narkose? Ja, ohne Schmerzmittel. Das hat aber weh getan, das ist natürlich so und vor allen Dingen gerade auch, wenn man das einmal um den Arm, Oberarmen rungsherum möchte. Und damals wurde das, glaube ich, nicht richtig tief gestochen. Dann verschwand es nämlich im Laufe der Jahre ein bisschen. Und dann habe ich es aber vor vier oder fünf Jahren nachstechen lassen. Okay. Und seitdem ist es eigentlich wieder komplett sichtbar und total ganz. Was würden Sie sagen, in den 25 Jahren, Schrägstrich, 60 Tatort-Folgen mit Lena Ohntal, was war die beste Tatort-Folge? Ach, Feier. Das ist ganz schwer, weil da gab es echt schon am Anfang so Highlights wie die Zärtlichkeit des Monsters oder Tod im Häcksler. Und dann in den letzten Jahren Hauch des Todes und Kassensturz. Aber ich finde eben auch, Blackout ist für mich ein total wichtiger Tatort, weil ich habe das Gefühl, diese Figur mal an ihre Grenzen zu bringen und einfach so in so eine Krise reinrauschen zu lassen, gibt mir jetzt einfach die Möglichkeit, sie ein bisschen neu zu erfinden für die nächsten 25 Jahre. Gab es einen Tatort mit der größtmöglichen Resonanz in der Öffentlichkeit, wo Sie mehr oder weniger vielleicht überrascht waren über das, was der Tatort ausgelöst hat? Ja, der rote Tod. Das war ein Tatort, da ging es um Blutkonserven und eben jemand wurde dadurch mit Aids infiziert. Da war richtig Tovabo und Kassensturz war auch eine riesen Pressegeschichte. Da ging es um so diese merkwürdig, fragwürdigen Arbeitsbedingungen bei so Ketten wie Schlecker, Aldi und Konsorten, die es ja jetzt teilweise schon nicht mehr gibt. Und das mit dem roten Tod, was war da, was meinen Sie da mit Tovabo, was ist da genau passiert? Da war einfach die Quote hoch, also das war wahnsinnig überraschend, weil es gab jetzt nicht so viel Presse im Vorfeld und der hat aber eingeschlagen wie eine Bombe. Und das war nicht vorhersehbar und das hat mich überrascht. Stimmt es, dass Sie bei Dreharbeiten mal auf eine Bananenkiste gelegentlich steigen müssen, damit der Größenunterschied zu Ihrem Partner Andreas Hopper nicht zu groß ist, alias Kopper? Ja, das ist sicher schon das ein oder andere Mal vorgekommen. Aber ich glaube, Andi Hopper musste sich dagegen schon tausendmal öfter in der Szene setzen oder zumindest auf die Tischkante runterkommen, damit es besser zu filmen war. Ja, es ist ein rein technisches Problem, weil der Größenunterschied sonst doch Probleme macht beim Drehen. Sie leben ja in den Tatortfolgen in einer Wohngemeinschaft mit Kopper zusammen. Wenn Sie sich jetzt irgendwie hineinversetzen, tatsächlich Kommissarin zu sein, tut man vielleicht manchmal, wenn man so einen Beruf quasi als Schauspielerin ausübt. Wäre sowas realistisch, dass man mit jemandem quasi so eng aufeinander lebt und arbeitet? Nein. Ich liebe die kurzen Antworten. Für mich, also ich finde das eigentlich von außen betrachtet manchmal richtig ein bisschen tragisch. Diese Lena Odenthal mit ihren, auch über 50 ist sie ja, nehme ich mal an. Dann lebt sie mit ihrem Kollegen zusammen, mit dem sie auch noch den ganzen Tag arbeitet. Hat keinerlei Freunde außerhalb dieses Büros, dieses Jobs. Hat keinen Lover, wenigstens mal zwischendurch einen. Hat eine Katze. Ich finde das eigentlich so von außen betrachtet manchmal so wahnsinnig traurig und tragisch, dass ich mir auch da die Redakteure schnappe und sage, wann brechen wir dieses System mal auf und bringen da mal ein bisschen Leben in die Bude. Sie haben, ganz anderes Thema, gemein mit Marius Müller-Westernhagen und Anne Will, sich beim Aktionsbündnis Landmine mit in der Singularform zu engagieren. Wie sieht das Engagement genau aus? Das gehört ein bisschen der Vergangenheit an, weil diese Aktionsbündnis Landmine in der Form nicht mehr existiert, weil die nämlich das Ziel erreicht haben, mit Unterschriften, Sammlungen und Aktionen die Bundesrepublik dazu zu bringen und zu unterschreiben, dass sie an dem Prozess oder an der Produktion dieser Streumunition und Landminen sich nicht mehr beteiligt. Das heißt, wir haben damals ziemlich viel gemacht. Wir haben jetzt aber gerade ja gesehen, das Hochwasser in Serbien schwemmt diesen ganzen Mist wieder hoch. Das Thema ist einfach nicht zu Ende. Und es gibt einfach auch noch Länder, die das eben niemals unterschreiben werden und weiter mit diesem Munition Kriege führen. Auch in Syrien, denke ich, ist alles vermint. Und das bedeutet ja einfach nur, dass nach einem Krieg, wenn er denn mal aufhört, eine Bevölkerung ein Leben mit diesen Minenfeldern verbringen muss. Und das ist einfach, ich habe es live gesehen, wie mühsam es ist, da Quadratmeter für Quadratmeter zu durchforsten. Live gesehen wo und wie genau? Das war damals in Ex-Jugoslawien nach dem Krieg, als Minenräumer Quadratmeter für Quadratmeter einer Kuhwiese durchstöbert haben und da die Dinger entsichert haben, rausgepopelt und entsichert haben. Und ich meine, jetzt kriegt man ja mit, wie viele von diesen Minen und vor allen Dingen diese Streuermunitionen auch, die ja so fußballfelder mäßig verteilt wird, einfach dann durch den Regen unter die Erde geschwemmt werden und dann bei einem Hochwasser irgendwo wieder rauskommen. Und dadurch ist natürlich die Gefahr nie gebannt. Das ist ja echt ein Horrorzeug. Und es gibt halt wahnsinnig viele deutsche Produktionsfirmen, die mit kleinen Teilchen, die man für diese Waffen braucht, ihr Geld verdienen. Also doch noch verdienen? Also ist noch nicht ganz zu Ende das Thema? Nein, der Mann, der Küchenmeister, der Chef von Aktionsbündnis Landminder, hat sich jetzt einen neuen Schwerpunkt ausgesucht und das ist die Finanzwelt. Was ist eigentlich mit dem Geld, was wir auf unseren Banken haben und was machen die Banken mit dem Geld? Sind Sie da auch bei? Ich verfolge das. Ich bin da jetzt ein bisschen ausgestiegen, weil mir das zu kompakt war, dieses Thema. Ich finde es nur spannend und ich verfolge es jetzt einfach als Außenstehende. Ich kriege die ganzen Newsletters und so. Es ist natürlich spektakulär. Man muss sich halt überlegen, bei welcher Bank lasse ich mein Geld auf dem Konto legen, weil die arbeiten ja mit dem Geld. Und das geht eben teilweise auch in die Waffenproduktion. Sie sind sehr sportlich unterwegs. Sie sind eine sehr gute Schwimmerin. Heißt, Sie trainieren nach wie vor auch noch, wie vor ein paar Jahren noch, für Wettbewerbe? Nee, das mache ich nicht mehr. Das strengt mich zu sehr an. Also ich schwimme jetzt nur noch nach Lust und Laune. Heißt, ich versuche das einmal die Woche. Manchmal mache ich es auch nicht einmal die Woche. Zum Beispiel gibt es nicht immer die Schwimmbäder in meiner Nähe, wenn ich drehen gehe. Und dann kann es auch sein, dass ich fünf Wochen gar nicht schwimme. Dann gehe ich nur joggen. Schwimmen ist einfach, bin ich mit groß geworden. Macht mir Spaß. Fühle mich halt wie ein Fisch im Wasser. Das ist schon, fällt mir leicht. Und das ist auch für mich wirklich wohltuend und Meditation, da so Bahnen zu ziehen. Aber auch richtig mit Leistungsanspruch? Ja, ich habe schon ein bisschen, ja. Also wenn es richtig gut gelaufen wäre, hätten Sie doch eine richtig große werden können, ne? Ich glaube, da fehlte mir der richtige Ehrgeiz. Also ich habe immer lieber Staffeln geschwommen als Einzelwettkämpfe. Ich fand es immer besser in der Gruppe. Ich glaube, ich bin mehr so ein Teamworker. Beim Film ist man auch Teamworker. Im Theater hat man ein Ensemble. Also ich bin mehr mit, ich mache lieber Sachen mit Leuten zusammen. Dieses Einzelkämpfertum, das hat mir nie gut gefallen. Und dafür war ich echt dann nicht ehrgeizig genug, um doppelt oder dreifach zu trainieren. Und ich hatte zum Glück auch nicht Eltern, die am Beckenrand standen und mit der Trillerpfeife und mich hinterher kritisiert hätten. Keine überehrgeizigen Eltern? Nein. Haben die eigentlich gewollt, dass sie das werden, was sie sind? Meine Mutter fand das super. Die hat mir gar keine Steine in den Weg gelegt. Die hat immer gesagt, versuch rauszufinden, was ihr wollt. Was ihr werden wollt, was ihr machen wollt, was euch wichtig ist, was euch glücklich macht. Und hat uns da alle unterstützt. Mein Vater war so ein bisschen, muss das sein. Und geht auch, macht auch eine richtige Ausbildung und verdient Geld. Das ist ja ein bisschen unsicher. Und der war jetzt nicht so ganz so angetan von diesem Studium. Aber inzwischen ist auch er stolz auf die Karriere seiner... Studium heißt richtig Schauspielschule. Schauspielschule Hannover, ja. Also das ganz klassische Geschirr sozusagen. Und wenn es nicht geklappt hätte, was wäre aus Ulrike Volkert stattdessen geworden? Ja, da hatte ich mich ja schon schlau gemacht. Ich hatte mir die Alternative ausgesucht, internationale Agrarwissenschaften zu studieren und in den Entwicklungsdienst zu gehen. Okay. Oder vielleicht einen Bauernhof übernehmen. Nee, 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 nee. International. Ich wollte ins Ausland, ich wollte Brunnen bauen, ich wollte den Leuten zeigen, wie man an Trinkwasser rankommt. Ich wollte in diesen Dritte-Weltländern helfen. Ich hatte irgendwie eine Botschaft. Ich habe gelesen, Sie entspannen sich nach stressigen Dreharbeiten zum Beispiel mit der sogenannten Feldenkreis-Methode. Entspannen ist gut, das ist dann sozusagen. Was genau ist das? Können Sie das in wenigen Sekunden darstellen? Das ist eigentlich eine Art der Körperarbeit, die jetzt wenig mit Physiotherapie, wie man es kennt, zu tun hat. Oder mit Massage bei Nackenschmerzen. Da geht man auch hin, wenn man ein bisschen verspannt ist. Aber da wird der ganze Körper in seiner Spannungsgelage untersucht und wieder ins Lot gebracht. Das kann sein, dass die Feldenkreis-Lehrerin mit meinem Bein arbeitet, um den Nacken zu lösen. Und das war zum Beispiel nach dem Kreuzbandriss auch total wichtig, dass ich da unterstützt wurde, weil ich da Ausgleichsbewegungen gemacht habe und mein Becken sich ein bisschen verschoben hat. Und Feldenkreis ist da wirklich einfach, dass der ganze Körper wieder in eine Balance kommt und die Spannungsverhältnisse sich wieder einfinden. Und das ist eine sehr sanfte Methode und es geht manchmal auch einfach darum, morgens zu überlegen, mit welchem Bein steige ich eigentlich immer in die Hose. Ich mache es heute mal anders. Aha, das ist interessant. Diese Aufgabe gebe ich Ihnen jetzt mit nach Hause. Das nehmen wir mit zum Schluss von Leute mit Ulrike Volkers alias Lena Untal. Ich bedanke mich sehr, dass Sie Leute Gast waren. Ich bedanke mich sehr, dass Sie Leute Gast waren.